Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig bei uns und ihr seht, wir sitzen im Auto. Ich bin's, der Jens. Ich bin's, der Bojan, hallo. Und wir sind gerade auf dem Weg nach Leipzig zu einem Seminar. Und zwar zum Seminar Zahltagstrategie mit dem Nils Kajobi. Und wir werden euch in dieser Woche mal ein bisschen mitnehmen, wir werden euch mal zeigen, was da alles so passiert. Und was der Jens uns alles beibringen kann. Und alles das und mehr jetzt im Video. Bojan, was erwartest du dir vom Seminar? Also vom Seminar erwarte ich mir ehrlich erstmal ziemlich viel Input in den 5 Tagen. Und gerade auch dieses Dividenden, diese Dividenden-Strategie, Zahltagstrategie. Dieses, wie beim Optionsverkauf, einfach eine Möglichkeit, regelmäßig Einkommen zu generieren, zusätzlich. Deshalb war ich mir so ein bisschen, wie sucht er sich die Aktien raus, welche Aktien wählt er aus, wann kauft er sie, wie kauft er sie, wie lange hält er sie und so weiter und so fort. Also wirklich so eine Grundlage, um es dann auch umsetzen zu können. Okay. Also so diese Erwartung habe ich eigentlich auch. Ich meine, ich kenne jetzt, jetzt kommt gerade hier neben uns ein Rolls Royce vorbeigefahren. Ein Rolls Royce Phantom. Wow. Der ist geil. Da würde ich hinten sitzen. Richtig, so müssen wir halt noch selber fahren. Und naja, Händler-Schicksal, ja. Alles selber machen. Aber das erwarte ich mir halt auch einfach. Ich kenne die Strategie, ich handel die Strategie ja selber auch schon viele Jahre jetzt mittlerweile auch recht erfolgreich. Aber es ist natürlich immer gut, wenn man mal noch einen, Profi hat und den so ein bisschen über die Schulter schauen kann. Okay, dann bis später. Bis zum nächsten Mal. Also fünf Tage Zahltagsstrategie hier in Leipzig mit dem Nilska Jovi. Ja, wie war das Seminar? Die Frage, also vom Informationsgehalt sehr, sehr gut. Wir haben ja hier die Zahltagsstrategie durchgenommen. Dazu eben halt dann die entsprechenden Quellen, wie zum Beispiel eben Seeking Alpha, die entsprechende Software wie FastGraph. Was hier auch rausgekommen ist, was für mich eben halt sehr wichtig ist, ist, dass man sehen kann, dass das Zahltagsdepot, also diese Strategie, kombiniert eben halt mit den Optionsstrategien, die eben sich ideal ergänzt. Das heißt, wenn man diese beiden Strategien beherrscht, kann man eben halt über die Jahre ganz langsam ein wirklich gutes Portfolio aufbauen, wo man dann eben alle entsprechenden Rendite auch erhält. Ich für meinen Teil muss sagen, ein super, super Seminar. Ich bin wirklich froh, dass ich diese fünf Tage hier dabei sein durfte. Und es hat sich wieder mal gezeigt, es lohnt sich ganz einfach, in die eigene Ausbildung zu investieren. Denn obwohl ich das Ganze ja jetzt schon selbst viele, viele Jahre mache und auch sehr, sehr gute Ergebnisse erziele, ist es natürlich einfach so, dass man, wenn man nochmal so in geballter Form dieses ganze Wissen bekommt, der Austausch mit anderen Händlerkollegen, die vielen kleinen Tricks und Kniffe, die Besonderheiten, dass das eben alles einen nochmal einen wahnsinnigen Schritt nach vorn bringt. Und auch vor allen Dingen das, was mir immer so wichtig ist, es spart halt einfach unheimlich viel Zeit. Also all das, was ich hier gelernt habe, das hätte ich mir natürlich auch irgendwie anlesen können, das hätte ich im Internet finden können, auf YouTube und so weiter und so fort. Aber eben durch diese kompakte Zusammenfassung habe ich hier sicherlich ein, zwei, drei Jahre Zeit gespart. Und diese Zeitersparnis ist ganz einfach, wenn man sich das mal ausrechnet, was das alleine wieder an Gewinnen bringt, dann war es das allemal wert. Ich kann euch nur empfehlen, investiert in eure eigene Ausbildung, egal was ihr macht, investiert in euch. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und wir sehen uns dann schon wieder im nächsten Video. Ich freue mich drauf und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und Bye Bye. Ich freue mich drauf und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und Bye Bye.